Was geht ab, Leute, euer Frapses hier, heute mit einem neuen Video. Heute, Freunde, geht es um die neue Season. Ihr könnt selber im Hintergrund sehen, Fortnite hat sich aktualisiert, Fortnite ist jetzt neu, die Season X ist da. Ich habe bewusst kein Video zu den Patch Notes gemacht, ich möchte euch das Ganze nämlich ingame zeigen. Und wir reden nicht lang drumherum, Freunde, gehen hier ganz kurz und knackig rein und schauen uns das Ganze mal an. Okay. Ah, okay, Freunde, ich denke mal, diesen Trailer brauchen wir uns nicht anzuschauen. Boah, Digga. Also, by the way, den Trailer habt ihr, denke ich mal, alle gesehen. Ähm, Battle Pass Bonus, wisst ihr, bekommt jeder. Kann ich hier auf jeden Fall mitnehmen. Dann habe ich hier Pony Rit Nummer 2 bekommen. What the fuck? Lit? Mit, äh, mit, mit, mit tatsächlich einem Lama vorne dran. Richtig geil, Digga. Auch richtig geiler Beat, nice Sache. Danke, nehme ich mit. Epic Games, danke fürs Geschenk, junge Männer. Äh, Fortnite World Cup 2019 habe ich das Spray jetzt bekommen. Habe ich eingelöst gehabt. Äh, geile Sache, Freunde, brauche ich nichts zu sagen. Äh, Battle Pass Season 10 ist auch am Start, habe ich auch hier bekommen. Und 2000 V-Bucks. Danke auf jeden Fall hier an die Weltmeisterschaft, ne. Äh, wir nehmen das Ganze mal mit, schauen uns mal an, was hier noch abgeht. Okay. Freunde, ich sag's euch, wie es ist, dieser Battle Pass wird wild. Wir schauen uns diese Trailer und so nicht an, Freunde. Wir schauen uns alles... Digga, wie sieht denn das jetzt aus hier? Okay, 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 okay. Wir, 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 wir schauen uns gleich an. Freunde, schauen wir uns erstmal hier die Lobby an. Ich sag's euch, wie es ist. Der Hintergrund sieht wild aus, okay? Der Hintergrund sieht wirklich wild aus. Wir haben hier, ja, nichts jetzt Interessantes. Wir haben halt Arena Trios. Aber sonst ist hier eigentlich alles gleich. Schauen wir mal hier rein. Digga, die Herausforderungen so sehen wild aus. Aber, Freunde, sowas schauen wir uns jetzt erstmal noch nicht so krass an. Shop hat sich nicht aktualisiert. Ist weiterhin gleich geblieben. Sondern, Freunde, wir schauen uns den Battle Pass an. By the way, ihr könnt auch jetzt den Battle Pass verschenken. Das heißt, ihr könnt hier ein paar Brütes auswählen. Und könnt dann sozusagen den Battle Pass hier verschenken. Es gibt Leute, die, wenn ihr, wenn die Leute ihn besitzen, könnt ihr den nicht geben. Dies, das, ich denke mal, das brauche ich euch nicht zu erklären. Ihr könnt aber nur immer einen einzigen auswählen und ihm das schenken. Nur damit ihr bescheid wisst, ne? Auf jeden Fall, mehr brauchen wir, denke ich mal, vorerst mal dazu nicht zu sagen. Zu den ganzen Neuigkeiten hier seht ihr selber. Aber, ich würde sagen, Freunde, wir schauen uns erstmal an, was wir hier alles erhalten. Ich drücke hier einmal Viereck, nimm den Battle Pass hier mit. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe ja den kostenlosen, ich sag mal, bekommen. Ich kaufe mir aber den hier, weil da bekomme ich halt die Stufen ein bisschen, ne? Ihr wisst, wie ich meine. Deswegen kaufen wir uns das Ganze hier mal. Okay, Freunde, der Battle Pass ist ausgerüstet. Was haben wir denn hier bekommen? Wir schauen uns das jetzt, ich würde sagen, nach und nach an. So, da haben wir den ersten Skin. Katalyst. Sieht auf jeden Fall mega cool aus, meiner Meinung nach. Wir schauen uns auch gleich nochmal die Stufen an. Wir gehen jetzt hier nochmal ganz kurz schnell durch. Der Rostmeister in einer neuen Version ist da. Dann haben wir, was ist denn das, Digga? Battle Pass-Herausforderung. Okay, sieht interessant aus. Wir schauen uns die gleich an. Die Rakete ist am Start, ein bisschen XP. Wir haben hier auf jeden Fall ein paar schöne Sachen bekommen. Hier haben wir Ritter, rote Ritterin als Ding. Emote. Digga, geiler, geiler Ladebildschirm, muss man auf jeden Fall sagen. Hier haben wir eine neue Tarnung. Was ist das? Da ist ein Emote drauf. Ne, ne, da sind mehrere Emotes drauf. Sieht auf jeden Fall cool aus in so einer Tarnfarbe. Dieses Lila gefällt mir auf jeden Fall. Sieht wirklich ganz cool aus. Okay. Neuer Kondensstreifen. Popcorn. Bruder. Wer kommt da auf die Idee, Freunde? Ohne Witz. Dann haben wir hier die Eier. Was haben wir noch? Rotkiste. Boah. Digga, sieht fresh aus. Ist vom Rostmeister der Gleiter. Nice Sache. Schauen wir uns gleich aber nochmal genauer an. Dann haben wir hier Frostschwinge. So, weiter geht's. Ladebildschirm, suit up. Digga, sieht übelst cool aus. Erstellt von Hydro 7-4. Hat wohl einen Fan oder so erstellt. Coole Sache, okay. Hier haben wir, ähm, Ding, Musik. Werden wir uns auch nochmal später anhören. Wir haben hier, ähm, einen Ritter aus der Season 2 damals, aus dem Betzenpass. Dummdi-Dum. Okay, erster Emote jetzt. Ja, ja, kann man mitarbeiten. Kann man mitarbeiten, Freunde. Oh, Moisty Maya. Freunde, ich will nichts sagen, aber nähere Informationen folgen in einem separaten Video. Sagen wir mal so. Äh, Cosmo Hacker. Sieht okay aus. Ist jetzt nichts Besonderes, aber da gibt's halt mehrere Stufen. Müssen wir uns gleich nochmal anschauen. Dann haben wir hier das hier. Ist okay. So, weiter geht's. Den Riss. Oberknacker. Nice. Feuer gegen Eis. Geil. Rissblitze. Sieht übelst fresh aus. Als Kondensstreifen feiere ich. Unnormal. Das haben wir hier. Ritterschlag. Okay. Was ist denn das? Stelle deinen Stil zu schauen. Blablabla. Okay, gibt's keine. Ist von der Roten Ritterin, glaube ich, hier die Lackierung. Sieht nice aus auf jeden Fall. Dann haben wir das hier nochmal. Sieht auch nice aus. Oh, neue Skin. Tilted-Technik. Ähm, Technik in einer neuen Version, Freunde, ne? In diesem neuen Tilted-Style. Der Tilted ist ja so Next Level geworden. Zukunft, dies, das. Deswegen ist das Ganze hier da. Wir schauen uns das aber nochmal genauer an. Ähm, weil da gibt's ja auch mehrere Stufen. Popcorn Emote. Schmetterling hier als Spray. Der Würfel sieht übelst cool aus als Banana. Und 400 V-Bucks habe ich da bekommen. So, nehmen wir mit. Wir kaufen jetzt die nächsten Stufen. Ihr wisst, Freunde, bei mir wird immer das Ganze hier freigekauft, weil ich zeige euch das Ganze her, ne? Ich würde sagen, wir kaufen das Ganze einfach mal durch. Und dann gehen wir auch schon weiter. So, zack. Wir schauen mal, wie viele V-Bucks wir dafür ausgeben. Wir geben, wenn wir Level 100 werden mit dem einen Pack, 11.100 V-Bucks dafür aus. Okay. Ich habe auf jeden Fall schon ein paar coole Sachen gesehen, ne? Habt ihr ja selber gesehen. Ich würde sagen, Freunde, ich gehe jetzt einmal kurz hier in den Hauptmenü, komme wieder zurück. Und dann kommt dieser Belohnungsbildschirm und dann können wir uns die ganzen Sachen mal anschauen. So, Leute. Wir gehen auf jeden Fall weiter. Ihr seht es ja jetzt gerade hier im Hintergrund. Ähm, wir haben hier Kitsun. Ist ein, äh, ja, Gefährte. Aber so ein Drift-Gefährte. Finde ich auf jeden Fall cool vom Aussehen her. Mal schauen, was es für Stufen hat. Hier haben wir wieder einen Ladebildschirm. Hier haben wir einen Gleiter. Spray-Segel. Ja, ist okay. Nee, coole Idee, aber nicht so meins. Emote. Was haben wir hier? Oh. Digga. Freunde, das ist Übelzwelt. Geiler Beat auch dazu. What the fuck. Nice. Ohne Witz. Nice. Nice. Geil. Gefällt mir. Geil gemacht auf jeden Fall. Weiter geht's. So. Hier haben wir EQ als, äh, Stil. Ähm. Okay. Ist animiert. Das heißt, wenn man schießt, dann kommt da so Beat, äh, Streifen oder wie man das Ganze nennt mag. Sieht auf jeden Fall bestimmt cool aus. Wir gehen auf jeden Fall weiter. Flaschenflip. Okay. Digga, man kann Battleflip machen oder was. What the fuck. Dann haben wir hier Stachel-Liga-Tornnister. Okay. Sieht jetzt nicht so wild aus, aber es gibt auch mehrere Stufen dafür. Wir schauen uns das Ganze mal an. Meister-Mix. What the fuck. Ja, da kommt ein leichter Beat. Ist von DJ Yonda auf jeden Fall. Ja, ist jetzt nicht so krass. Ist okay, aber muss nicht sein, ne? So, gehen wir weiter. Beat Drop sieht cool aus. Ähm. Gefällt mir. Content-Streifen mega nice. Also hat auf jeden Fall was. Ich mag's halt immer, wenn's so ein bisschen bunt ist, ne? Dann haben wir coole Paprika. Wir haben hier den Gefährten die nächste Stufe. Digga, sieht übelst wild aus hier mit diesem Blau. Geil. Okay. Okay. Seifenblasen. Ja, muss nicht sein. Finde ich jetzt nicht so cool. Weiter geht's. Oh, shit, Digga. DJ Yonda. Aber die nächste Stufe. Alter, Freunde. Guck mal, wie rich er ist, Digga. In komplett Gold. Und da gibt's ja mehrere Stufen noch dazu. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Wir schauen uns, wie gesagt, die Skins nochmal genauer an. Da haben wir die originale, richtig klassische OG-Musik. OG, OG-Musik. Nicht OG-Scan-Musik. OG, OG-Musik. Geile Sache auf jeden Fall. So, gehen wir weiter. Dann haben wir mal Fescher Flip. Okay, nice. Okay, weiter geht's. Mal schauen, für was die auf jeden Fall gedacht sind. Yonda demaskiert. Okay, so sieht also DJ Yonda ohne Maske aus. Das ist halt ein neuer Stil, wie ich hier sehe. Okay. Ja. 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 Ist okay. Ist okay. Die Spitzhacke ist geil. Funkelt Sense. Hört sich auch ganz geil an, muss ich ehrlich gestehen. Also, die Sense geht auf jeden Fall in Ordnung. Gehen wir weiter. Das sieht nice aus. Kevin runen. Geil. Okay. Weiter geht's. Wow. Digga. Warte, das sieht übelst geil aus jetzt. Das gefällt mir. Das ist halt der Würfel als Lackierung. Sieht übelst cool aus. Ähm. Hallo. Stimmt, da war ja was, Freunde. Naja, das ist ein anderes Thema. Gehen wir weiter. Ähm. Tilted Karte von damals höchstwahrscheinlich. Ja, von damals. Geil. Als Spray. Nice Sache. Laufband als Emote. Ist ganz chillig, Freunde. Ich liebe diese fortbewegenden Emotes. Ich feiere sie irgendwie. Keine Ahnung. Wow. Drift Gefährte in schwarz. Sieht nice aus. Weiter geht's. Wow, 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 wow. Das sieht auf jeden Fall mega geil aus. Real Talk, das sieht mega geil aus. Das gefällt mir. Das ist mal was anderes, Freunde. Das ist so ein neuer Contrail, ne? So eine neue Art von Contrail. Okay, dann haben wir hier die Funkelmeisterin. Das ist aus der Season 2, äh, Battle Pass 2. Ne, Battle Pass 1, Season 2. Ist es der Disco-Skin. Und mit einer anderen Version, sag ich mal. Wir schauen uns das Ganze auch nochmal gleich an. Hier haben wir den Rücken-Assessor. Sternenglanz. Sieht jetzt nicht so cool aus, finde ich. Muss jetzt nicht sein. Dann haben wir das, die als kaputt gegangen ist. Das haben wir dann hier noch. Äh, hier haben wir eine neue Frisur für die Dame. Weiter geht's. What the fuck? Das ist geil. Das ist richtig geil, Freunde. Das ist ein richtig geiler Gleiter. Real Talk. Und es hat auch wieder mehrere Stile. Geile Sache. Gefällt mir. Wow, was geht hier ab, Digga? Freunde, geil. Das ist auch richtig cool, Emote. Gefällt mir. Geil gemacht. Geil gemacht. Weiter geht's. Llama. Nice. Geil. Ohne Witz. Geiler Ladebildschirm. Könnte man eventuell das nochmal verwenden. Weiter geht's. Contrail. Sternenspur. Ist geil. Da fallen so ein Sternschnuppen runter. Wir sehen hier so eine Galaxie. Sieht auf jeden Fall übelst geil aus. Mit dem Galaxy-Skin nochmal kombiniert. Das wäre auf jeden Fall übelst fresh. So, hier haben wir eine Lackierung. Rostplünderer. Finde ich jetzt nicht so cool. Muss ich ehrlich gestehen. Da fand ich die vom Roten Ritterin oder vom Würfel besser. Dann haben wir Double Pump als Banner. Finde ich cool, dass sie das auf jeden Fall so reingemacht haben. Nice Sache. Wohl kam, wie er explodiert ist. Dann haben wir hier einen schwebenden, ewigen, reisenden Skin. Ähm, ja. Okay. Aus den finsteren Ecken der Galaxie. Interessant. Wir schauen uns das Ganze gleich nochmal an. Weil das ist, glaube ich, der Skin, der auch den Totenkopf eigentlich hat. Da bin ich jetzt mal aber extrem gespannt, Freunde. Ich sag's euch, wie es ist. Weil der Skin hat mir fast am meisten gefallen. Es gibt noch einen Skin, der mir noch mehr gefallen hat. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, Musik, Schlafgut brauche ich, denke ich mal nicht, hier einzugehen. Schwarze Ritter als Spray. Geile Sache. Feier ich. Hier haben wir noch einen anderen Stil. Da ist die Klappe halt geöffnet vorne. Weiter geht's. Oh. Okay. Wir haben hier den Gleiter von dem, äh, Level 100 Skin. Nice. Also ich, mir gefällt er. Ich sag mal so, mir gefällt er. Legendär ist er auch, der Gleiter. Finde ich natürlich mega geil. Spuckt Feuer. Edelt aber den anderen Gleitern, ne. Also da gibt's ja noch einen so drachenmäßigen. Das erinnert mich halt daran. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall ganz cool, ne. Boah, das sieht übelst geil aus. Maximaler Drift. Digga, das ist eine richtig coole Lackierung. Das ist eine richtig coole Lackierung. Bin ich mal gespannt, wie das auf dem Roboter aus. Oh, 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 Digga. Wie sieht es auf dem Roboter aus? Das ist krass, Freunde. Das gefällt mir übelst. Also das ist eine richtig coole Lackierung. Da kann man auf jeden Fall sagen, was man will. Diggaon da als Krone. Nice. Sieht übelst luxuriös aus. Bisschen drippy ist das. Das vorne ist der Level 100 Skin. Das ist sozusagen ein Ritter. Und ihr seht, es sieht übelst cool aus. Also wirklich meiner Meinung nach mega geiler Skin. Gefällt mir. Da haben sie das auf jeden Fall perfekt gemacht. Das kann man auf jeden Fall einen Level 100 Skin nennen. Die anderen, der aus der letzten Season, der war whack. Mit dem will ich nicht identifiziert werden. Das ist einfach Müll gewesen. Das ist fresh. Das gefällt mir. Da habe ich auf jeden Fall gefallen dran. Rückenaccessoire ist auch geil. Und ich habe hier noch halt 1100 V-Bucks bekommen, nachdem ich den Battle Pass hier komplett durchgekauft habe. So viel dazu zum Battle Pass, was wir jetzt hier alles erhalten haben. Also wir sind jetzt einmal komplett den Battle Pass durchgegangen. Jetzt würde ich mal sagen, dass wir uns die einzelnen Ziele von den neuen Skins anschauen. Insgesamt haben wir da sieben Stück erhalten. Wir sehen. Bruder. Bruder. Freunde, das sieht aus wie der ganz normale schwarze Ritter. Also der Helm ändert sich und natürlich halt so ein bisschen das Aussehen. Aber das gefällt mir, Digga. Das sieht aus. Ne, das ist sogar so von der Optik und vom Körperbau. Weil es heißt ja auch, äh, Ding hier. Alla, Digga. Ne, Mann, das ist, das ist fresh. Das ist fresh. Man muss Saison Level 65 erreichen. Also wenn man Level 65 ist, kriegt man diesen Bruder hier. Gibt es nochmal andere Farben? Rot, Silber und Gold. Geil. Feier ich unnormal. Also richtig geiler Skin. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Level 100 Skin gefällt mir auf jeden Fall persönlich übelst. Da haben wir hier die nette Dame Kataklyst. Wir schauen mal rein. Alter, okay. Weibliche Drift. Oh, Digga. Lol, Leute. Weibliche Drift, Digga. Okay, das ist geil. Das ist wirklich geil, Freunde. Einfach ein weiblicher Drift. Und sie sieht wirklich nice aus. Da kann man sagen, was man will. Und es gibt auch hier die originale Drift-Version. Digga, das ist ja mal richtig geil. Digga. Krank. Das gefällt mir. Das ist wirklich nice. Hier haben wir unseren Kollegen. Einmal hier in dieser geschlossenen Version. Geöffneten Version. Und, Digga. Das sieht übelst geil aus. Alter. Boah, Leute. Ohne Witz. Also das gefällt mir, was ich hier sehe. Das, was ich hier sehe, gefällt mir. Ich sag's euch, wie es ist. Das wird eine schöne Season. Das wird eine schöne Season. Oh, shit. Also geil. Also, ne. Geil. Also wirklich richtig schön. Das hier jetzt in dem Fall. Das ist ein Skin, der mir jetzt persönlich nicht so gefällt. Also, man kann damit spielen. Aber es ist jetzt nichts, womit ich jetzt den ganzen Tag spielen würde. Ich sag's euch, wie es ist. Es ist okay. Aber nicht mein Fall. So. Oh, sorry, Bruder. Wir schauen uns mal an. Hier gibt's auf jeden Fall unterschiedliche Farben. Und das sieht übelst krass aus. Also, der Rostmeister mit hier oberkörperfreien Tattoos, Sixpack, dies, das, no homo natürlich. Sieht übelst geil aus, Freunde. Real Talk. Übelst nice. Feierig. Ich freu mich auf jeden Fall schon, diese ganzen Stile hier freizuschalten. Dann haben wir nochmal den Bruder DJ Yonda. Wir schauen mal unten rein. Es gibt halt diese Stile hier. Krone ohne Ding, ohne Maske. Und dann nochmal die hier. Dann gibt es nochmal diese unterschiedlichen Farben. Und es gibt die mit zwei unterschiedlichen Outfits. Okay. Soviel zu den Skins. Nice. Gehen wir mal weiter. Rückenaccessoire gibt's natürlich auch. Da gibt's dann halt auch unterschiedliche Versionen. Das ist geil. Also, das hier war geil gerade. Das sah auf jeden Fall nice aus. Haben wir das hier vom Rostloben-Skin. Nein, muss jetzt nicht sein. Finde ich jetzt nicht so cool. Das finde ich auch nicht so cool. Rückenaccessoire ziehe ich ja eh immer was anderes an. Also, finde ich jetzt persönlich nicht so relevant. Ich würde jetzt nicht hingehen und die zusammen kombinieren. Das, was zu einem Skin passt oder so. Dann haben wir die hier nochmal. Ist okay. Muss aber jetzt nicht sein. Die Spitzhacken. Also, das hier ist geil. Aber das muss nicht sein. Das ist halt so eintönig, finde ich. Schauen wir uns die Gleiter an. Da haben wir hier Stahlschwinge. Haben wir uns ja schon vorhin angeschaut. Meistermax. Und dann haben wir Rostkiste. Das interessiert mich, Freunde. Weil hier gibt es auch unterschiedliche Stile. Okay, es gibt diese Farbe hier noch dazu. Das finde ich auf jeden Fall übelst nice. Mir persönlich gefällt es. Ist eine coole Idee. Und dann haben wir nochmal hier Spraysegel. Was wackes. Frontrails haben wir auch ein paar bekommen. Und ja, so viel dazu, Freunde. Das war im Großen und Ganzen jetzt hier der Battle Pass. Ich hoffe, dass es euch vorerst mal gefallen hat. Schreibt eure Meinung jetzt unten in die Kommentare, wie ihr das Ganze fandet. Finde ich auf jeden Fall mega nice. Eure Meinung unten in die Kommentare. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.